Resident Evil 3 Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Juni hier und herzlich willkommen zum Resident Evil 3 Remake Demo Let's Play. Ja, Freunde, heute ist es soweit. Wir starten mit der Demo von Resident Evil 3. Ich habe ja Teil 2 vor circa einem halben Jahr, glaube ich, Let's Played auf dem Kanal. Hat übel Bock gemacht, aber war auch mega anstrengend. Und ihr wolltet alle unbedingt wieder ein Horrorspiel sehen. Und heute endlich mal wieder das erste Spiel seit langem auf diesem Kanal. Deshalb, nehmt den Like-Button auseinander. Ich habe vorgestern ein sehr wichtiges Video hochgeladen. Und ja, guckt euch einfach mal an, meine Facecam jetzt hier, wenn ich runtergehe. Dieser Typ, der sieht aus wie Mr. X, nur nochmal in 10 Mal schlimmer. Ich weiß nicht, was uns bei dieser Demo erwarten wird, aber ich kann für nichts garantieren. Am besten schaut ihr dieses Video nicht mit Kopfhörern, weil es wird, glaube ich, gleich abgehen wie sonst was. Und ich würde sagen, Leute, wir starten rein in die Demo. Und der Typ, der dreht schon durch, der macht schon die Faust. Dann würde ich sagen, Leute, let's go in das nächste Horrorspiel. Das ist nur die Demo, die Vollversion kommt bald. Wenn ihr die sehen wollt, dann müsst ihr unter diesem Video den Like-Button sprengen, die Kommentare auseinandernehmen und mir Motivation geben, mit euch gemeinsam hier reinzugehen. Let's go. Die neue Plage breitet sich erschreckend schnell aus und hat bereits die gesamte Innenstadt mit wandelnden Leichen gefüllt. Hey Captain, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von Stars. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCs Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der hunderttausend Zivilisten werden wohl tot enden, äh, Corritur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht, weil sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Film-Management dafür. Oh, besta, besta. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Schon eine Süße, ne? Okay. Ich helfe. Bitte nicht, Alter. Man, es ist wieder rausgegangen. Nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Also das gut, nach langer Zeit mal wieder was aufzunehmen, Leute, ey. Ich hab übel Laune, übel motiviert. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Lol. Was sind das denn? Oh mein Gott. Richtige M&M's. Klaue. Das sieht aus wie M&M's. Seid mal ehrlich. New Location in Downtown. Ach du heilige Scheiße. Okay, Leute. Es geht los. Grafik sieht auf jeden Fall Bombe aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Horrorspiel. Ei, 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 ei. Boah. Hört mal auf, Alter. Nicht, dass jetzt Mr. X wiederkommt. Ey, stell mal vor, Alter. Mit Coronavirus genauso schlimm. Ey, Coronavirus. Ist ja gerade auch hier. Da ist zu Hause. Das ist aber noch halbwegs in Ordnung. Nicht so wie hier, Leute. Hier ist komplette Eskalation. Okay. Boah, Mann. Das ist so geil, wieder ein Let's Play aufzunehmen, Leute. Ich hoffe, ihr merkt, wie motiviert ich bin. Ey, ich habe jetzt so lange nichts aufgenommen. Das ist wieder ein ganz anderes Feeling. Ja, Bruder. Komme ich denn jetzt hier lang? Ich glaube, hier geht es gar nicht lang. Erst mal Steuerung gucken. Wir haben wieder nur zwölf Schüsse. Aber ich frage mich, Leute. Warum bringen die von Resident Evil so Remakes raus? Warum bringen die nicht einfach mal ein paar neue Teile raus? Das wäre doch mal interessant, oder? Neue Teile und nicht immer nur die alten. Warte mal. Okay, vielleicht müssen wir... Pistolen, Munition. Ey, wie bei Resident Evil und 2, ne? Genau dieselbe Animation und alles geil. Missionsbuch. Handbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlagfeld ist eine Knarre ohne Muni zu nützlich wie ein feuchter Furz. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombinationen in Zehren. Pistolen, Munition. Zweimal Schießpulver, Flint-Munition, Schießpulver und hochwertiges Schießpulver. MAG-Munition, zweimal hochwertiges Schießpulver. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Geht diesen untoten Dreckssäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Okay. Let's go. Ich hoffe, wir erschrecken uns nicht, Alter. Das ist nur eine Demo. Die Demo sollte eigentlich ganz entspannen. Ah! Diese Einblendung. Ich hab die Kopfhörer zu laut, Alter. Ich muss leiser machen, ey. Da kam gerade nur diese Einblendung Sprinten. Und das war so laut. Okay. Wir müssen bei Horrorspielen mit nicht viel geredet. Bei Horrorspielen wird gemacht. Nicht geredet, da wird gemacht. Hier ist ein Kiosk. Okay, ganz ruhig. Hallo! Ich möchte gerne einmal Fanta Punica. Titelseite einer Boulevardzeitung. Aus Sonja de Madrid, die Kannibalenmorde. Die ganze Geschichte. Morgen grauenes Filmzeichen September hielt das APD einen verzweifelten Angriff, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Ome Reiter war zesaustert. Man griff ein Passanten nördliches Lamsmuseum auf Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelten Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war verstückelt worden. Was nahegelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also dieser Täter? Mention Steak. Okay, wir müssen jetzt nicht alles hier genau lesen. Die wollen jetzt zocken, ja. Die wollen zocken. Okay. Mein Gott. Habe ich mir was Gutes ausgesucht, ne? Als Comeback Let's Play. Als gutes Comeback Let's Play. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere nicht zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Vereilen wir uns. Boah, diese Einblendungen, ne? Der Strom im Unter... Ah, diese Pflanzen kann man noch nehmen, ne? Stimmt. Grünes Kraut. Stimmt, stimmt, stimmt. Grünes Kraut. Schießpulver haben wir. Können wir aber... Schießpulver? Warte mal. Wie können wir das jetzt nochmal kombinieren? Genau, mit X. Zack. Kombinieren. Da haben wir Pistolenmunition. Wir haben ja gerade eh nur Pistolen. Wir können auch, glaube ich... Ne, ne, wir lassen das erstmal so. Kein richtiges Resident Evil Feeling. Warte mal. Messer können wir auch nehmen, ne? Und Messer konnte man doch... Genau, so ging das. Rotes Kraut. Das können wir natürlich auch kombinieren. Das weiß ich noch. Mit dem anderen kombinieren. Zack. Dann haben wir gemischte Kräuter. Auch genannt Marihuana. Spaß. Okay. Guck mal diese Figur da an, Alter. Sieht ihr das? Aber hier ist, glaube ich, ein Speicher. Ein Safe Room, oder? Ein Safe Room. Weil da ist eine Kiste. Ach, du Scheiße, Alter. Okay, kann man ja Sachen ablegen. Aber speichern kann man, glaube ich, nicht in der Demo, ne? Was haben wir hier? Also bisher ist noch alles schön ruhig. Aber Feeling ist trotzdem da. Feeling ist trotzdem da. Kräuter, Feldern, Buch. Ja, guck mal. Das weiß ich ja noch alles hier. Okay, erste Hilfespray. Gibt's ja auch. Okay. Diese scheiß Figur, Alter. Muss man die nicht... War das nicht so in den alten Teilen, dass man die irgendwie kaputt schlagen musste? Aha. Ja, ja. Irgendwas hab ich doch noch erinnert. Junge, Resident Evil 7. Ihr wollt's mit VR-Brille sehen. Aber ihr kriegt es nicht. Ah! Ey, Mann. Was ist jetzt los? Der Überlebende müssen die Bahn in Gang kriegen. Okay, unser erster Zombie. Irgendwie. Geh weg, geh weg! Wie schluckt der denn? Alter, wo sind wir denn hier, Toy-Ankel? Ach du Scheiße, ey. Wo soll man denn jetzt hier lang gehen? Das Gute ist, bei Resident Evil gibt's meistens immer nur einen Weg. Das heißt, hier merken wir, es geht nicht hier lang. Also müssen wir... Ach du Scheiße. Okay. Ihr wisst, ich bin immer ein bisschen... Zurückhaltender. Da ist ein Schatten. Munition? Okay. Da ist jemand was am Essen. Awata! They call me Awata from my Coconut Jungle. Ah! Coconut! Warum ist das so dunkel hier? Ich seh nix! Ich schwöre, ich seh nix! Kommt mal erst mal mit ins Licht, Jungs, ey. Ich seh doch nix da. Was wollt ihr denn? Kommt mal her. Warte. Headshot. 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 Oder die brauchen... Okay, müsst ihr uns merken. Drei Kopfschüsse, die sind weg. Ich hab keinen Bock, dass dieser Mr. X kommt. Ne? Mr. X 2.0. Mr. X! Sunjiro. Was? Schneller Ausweissschritt? Wovon denn? Wovon? Wovon? Okay. Geht's hier rein? Ne, hätte er sein können. Echt? Guck mal, die Grafik, Alter. Die Reflexion des Wassers, der Straße. Wunderschön sieht aus wie echt. Okay, ich komm wieder ins Feeling. Let's play Feeling. Okay, da braucht man... Das wär jetzt unnötig, Munition dafür zu verschwenden. Sunjiro. Ja, die sind ja eh da gefangen. Also alles gut. Alles gut. Keine Panik auf der Titanic. Halos, ich hab die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Stroh machst. Das ist das Unterberg. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von mir. Du meinst, die Gasse, die brennt? Vielleicht rechts. Eine kühle Schönheit bietet wohl noch bestimmt mit dir das Feuer fertig. Leck mich. Ach du... Oh Gott, was ist das? Ich hör was, ich hör was. Ah! Ich bin so... Ah, die sind da doch durchgekommen. Und jetzt? Was machen wir? Rennen? Schießen? Das hab ich mir doch schon fast gedacht. Aber müssen wir jetzt hier durch oder nicht? Ja. Hallo? Ach so, müssen wir drücken. Ah, wir brauchen jetzt irgendwas. Vielleicht das Messer? Ne. Da muss... Wir brauchen irgendwie so einen Schraubenzieher oder was? Ach, nicht Schraubenzieher. Wisst ihr, was ich mein? Rohrstange. Ach. Ihr wisst doch, was ich mein, Leute. Okay, bisher ist es noch ganz entspannt. Bisher ist es ganz entspannt. Was haben wir hier? Schießpulver. Okay. Musst du jetzt hier runter? Also bisher ist das nur Zombie-Apferenz. Ich erinnere mich irgendwie an Call of Duty, wo man diese Zombiespace-Welt... Zombie-Space-Welt, wa? Three shots, they are away. You can nothing do. Ah! Die steht wieder auf. Ey. Warum steht die wieder auf, man? Oh, der ist schnell. Der ist schnell. Nachladen. Ey. Meine Munition geht leer, ne? Ich... Ich verballer gerade zu viel. Boah, haben die mich gerade erschrocken, wo die nochmal aufstehen, diese Hunde? Ich schwör, das Spiel ist aber voll dunkel. Seid mal ehrlich, ich seh fast gar nichts. Ich seh nix. Ist das bei euch auch so dunkel? Schießpulver. Okay, wir können wieder kombinieren. So. Ah, nicht untersuchen. Jetzt mal. Zack. Kombinieren. Ey, ich weiß noch, die ganzen alten Teile, Resident Evil und so, das war so geil. Oh nein, Digga, da geh ich safe nicht rein, ne? Okay, Freunde, ich glaub, wir teilen die Demo in zwei Parts. Ay! Da stehen die wieder auf. Ay! Habt ihr gehört? Ay! Ich schwör, ich seh nix, Alter. Mach mal heller, was ist das? Das ist viel zu hell. Seid mal ehrlich, das ist viel zu hell. Audio Anzeige. Anzeige Helligkeit, Alter. Ich schwör mal, ein bisschen heller. Was ist das? Ich seh nix, ein bisschen heller. Heller, heller. So. Ich hab grad nix gesehen. Schon besser Es gibt so viele Wege gerade hier Es gibt ja auch eine Karte, ich soll die Karte benutzen Also hier waren wir noch nicht Ich ziehe jetzt hier durch Ich ziehe jetzt hier durch Ich höre was Ich höre irgendwas Ich höre irgendwas Feuer Okay Ach das Ding ist das da oben Egal komm ich schieße einfach mal Haben wir schon mal zwei von denen Vielleicht bringt das da irgendwas Vielleicht kriegen wir dann Rabatt bei der Vorbestellung oder so Wenn man das Spiel holt Dota 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 Steh auf Ne Steh dich auf Also wir brauchen genau, eigentlich brauchen wir sowas So eine Zange Was ist das für ein Geräusch Oh shit Ich glaube das war aber gut Das war gut Brennen die nämlich schön hier Und hier lag noch irgendwas Schießpulver Perfekt Okay Ah Kommen wir jetzt wieder hier auf die Straße Okay Okay Ja ist doch in Ordnung Dann wissen wir schon mal Den Weg haben wir Ich gucke noch viele andere Wege Ähm Zum Beispiel Die stehen da schon wieder alle Warte mal Ich kriege jetzt direkt in seinen Hinterkopf einen rein Zack Und der müsste weg sein Ja Also wir können einmal noch in diesen Dunkin Donuts da rein Ein paar Donuts essen Oder wir können hier nochmal hoch gehen Das ist die Frage Ähm Ich glaube wir gehen erstmal nochmal hier hoch Weil da haben wir noch nicht alles abgesehen Abgesucht Wir waren erstmal hier rechts lang Okay jetzt gehen wir mal in den linken Weg Also Fakt ist Wir müssen irgendwie so einen Feuerlöscher finden Bitte versperrt Bitte versperrt Bitte versperrt Nein alter Okay jetzt Warten wir Wir gehen jetzt hier rein Oh Gott Jetzt wird es hart mit Taschenlampe Taschenlampe ist schlimm Soll ich die kurz wissen Weiß ich nicht Okay müssen wir uns merken Es gibt hier ein Safe Guck mal Manchmal mache ich doch immer Safety first Einfach nochmal in den Kopf schießen Tagebuch des Drogenbesitzers Dieses neue Haarwasser von Umbrella Verkauft sich wie geschnitten Brot Das Zeug von denen wirkt immer Wunder Überrascht mich also nicht Ich hatte schon damit gerechnet Und eine riesige Ladung bestellt Meine Instinkte haben sich ausgezahlt Im wahrsten Sinne des Wortes Ich bin mir sicher Die Verkäufe werden noch anziehen Wenn sich das rum spricht Allerdings machen mir diese Gewaltsausbrüche Sorgen Die man in den Nachrichten sieht Viele sollte Vielleicht sollte ich in einen guten Safe Für das ganze Geld investieren Das ich verdiene Neues Safe ist einfach Perfekt Niemand kennt die Kombination Noch nicht einmal Meine Frau Ist ein Geheimnis zwischen mir Und meiner wunderschönen Aquakurkönigin Okay Das ist grün markiert Aquakurkönigin Und sie würde sie Nie einem Dieb verraten Okay Aquakurkönigin Okay das heißt Sie hat wahrscheinlich dann Den Code für uns Okay wir kombinieren mal wieder hier Ach du Scheiße Okay Aquakurkönigin Welche ist das hier So Zombies sind ja noch bisher angenehm Ne Das ist ja okay Aber das Ding ist Die stehen manchmal wieder auf ich habe immer Angst, mich umzudrehen, dann kommt auf einmal was, ne? Braucht jemand hier Spülmittel? HALF, 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 HALF Es gibt hier so viele Wege gerade Guck mal, die ist auf Rindle, Alter Okay, wir dürfen nicht zu viel Munition verschwenden Wir haben es noch Wo sind wir denn jetzt hier? Hä? Ja, also wir Warten mal, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay, da haben wir einen Ja, Bruder, meine Präzision Ich habe lange nicht gezockt, Leute, ich wünsche mir nicht übel Okay Haben wir So Alter, es gibt hier so viele verschiedene Wege Ah, guck mal, das ist der Donutladen Oh Gott, ich höre was Okay So, die sollen mal herkommen Dann können wir die nämlich schön Genau Boom Alle verbrennen, alle drei Ich spare mir ein bisschen Munition Also wenn wir hier reingehen Kommt man, glaube ich, zum Donutladen Also ich denke mal, das ist gar nicht so verkehrt Wenn wir mal hier durchgehen Okay Aber Leute, wir kommen gut rein Findet ihr nicht? Wir kommen gut rein Ich werde hier alles absuchen Egal, wie das geht Ich mache daraus ein Video, Leute Ich mache nicht zwei Parts oder so Ein komplettes Video Okay Hat jemand Bock auf ein paar Donuts? Okay, ihr Inventar ist voll Dann kombinieren wir einfach mal Und hier müsste es rein theoretisch wieder rausgehen Nämlich die andere Seite Genau, okay Dann haben wir jetzt schon mal einen Durchgang gefunden Oh, mach dieses scheiß Radio bitte aus Mach das Radio aus, Mann Wo kommt das scheiß Radio her? Kriege ich direkt Hunger, ne? Kitchen Ah, guck mal, was wir da haben Hören wir die Musik Alter, voll die schöne Musik Hört ihr das? Ach, hier ist sogar ein Safe Room Und da ist das Ding, was wir brauchen Genau das brauchen wir Ein Bolzenschneider Das brauchen wir, glaube ich Ja, super Ähm Jetzt ist die Frage, wie wir das machen Können wir das nicht irgendwie kombinieren hiermit? Genau Aber das kombinieren damit geht nicht, ne? Doch, geht auch Okay Ja, das wusste ich nicht, dass man direkt alles machen kann Das heißt, wir können dann den Bolzenschneider nehmen Und haben dann perfekt Platz hier Irgendwas ablegen brauchen wir erstmal nicht Was soll man wetten? Die stehen jetzt auf Das Spiel handelt so, weil ich den Bolzenschneider genommen hab Stehen die jetzt auf Guck jetzt Mit Ansage Mit Ansage, jetzt Oh Okay, wir gucken uns aber erstmal noch hier um, Freunde Also wir müssen hier auf jeden Fall an dem Feuer vorbei Aber wir haben hier auch noch Möglichkeiten Geht's hier auch nochmal lang Bitte nicht Vielleicht brauchen wir auch gar nicht den Bolzenschneider Für, für das Feuer löschen Vielleicht brauchen wir dafür noch was anderes Das kann natürlich auch sein Ey, Bruder, wie schlecht schieße ich bitte Okay, hier haben wir auch noch was Ah Was haben wir denn hier schon? Es geht ja Pistolen, Munition Okay Ja, Resident Evil ist es so Man muss sich immer, immer gut umgucken Früher hab ich auch den Fehler gemacht, dass ich Oh Gott Haben wir das schon? Wart mal Alter, wie viele Wege gibt's denn hier? Ach du Scheiße Ich bin bloß nicht zu nah Okay Guck mal, wie viele Wege es hier gibt, ne? Echt hart Aber es macht Bock Es macht Bock, Alter Ohne Witz Wenn wir wissen, wie es weitergeht Was passiert Lasst wie gesagt Einen Daumen nach oben da, Leute Ah Ich hasse das Wenn die auf einmal wieder aufstehen, ey Bleib drin Bleib liegen Okay Apotheke, Apotheke Rotes Kraut Schade Ich kann nichts kombinieren Ich kann nichts kombinieren, Leute Wart mal Vielleicht können wir das hier kombinieren hiermit Ne, auch nicht Okay, müssen wir das liegen lassen Das rote Kraut Scheiß drauf Solange es nichts Wichtiges ist Alter, was ist denn hier los? Wieder Pistolen, Munition Komm, wir haben 60 Schuss, Alter Wir haben 60 Schuss Wir können das nicht mitnehmen Können nicht mal kombinieren Ah, schade Lassen wir die einfach hier Dann wissen wir Wenn wir Munition Hat jemand die Tür geöffnet, ne? Was ist das? Da liegt auch noch was Hochwertige Schießpulver Das können wir kombinieren Haben wir jetzt Flinten-Munition, okay? Ich hab doch gewusst, da kommt jemand Zum Glück rennen wir nicht Also Schwierigkeit Konnte man auf jeden Fall nicht auswählen Bei dem Spiel So Wir können natürlich jetzt auch mal Auf die Karte gucken Wo wir jetzt schon alles gewesen sind Hier waren wir, ne? Genau Okay Wir werden versuchen Jeden Bereich irgendwie hier abzutasten Das geht auch nochmal hier hoch Oder waren wir da schon, ne? Wart mal Also hier oben Hier ist ja der Tresor Genau Da ist der Tresor drin, ne? Aber wir konnten noch nicht herausfinden Geht's hier rein? Was? Stuff only Astagfirullah Stuff only Astagfirullah Gott, Alter Ich hasse diese langen Gänge Stimmen Au, Gott Okay, haben wir Oder ich schwör's dir Es gibt hier zu viele Wege In diesem Spiel gerade, ne? Ist auf jeden Fall eine gute Demo Was ist das denn? Was sind das für Dinger hier? Hä? Ah, Löschlauch Okay, krass Warte mal Kann ich denn nicht Hier ablegen? Wegwerfen Werfen wir das mal weg Scheiß drauf Löschlauch mal lieber mit hier Okay Was ist das? Notiz eines U-Bahn-Angestellten Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer Hab uns jetzt eine Flinte besorgt Für den Fall, dass bald das Fass überläuft Ich werde nochmal los Patronen holen Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein Da sollte sie vor Dieben sicher sein Wenn alles den Bach untergeht Schneidet die Kette durch Und benutzt die Waffe Ich bete, dass wir es alle heil überstehen Okay Ah, okay Guck mal, was wir hier haben Jawohl, ne Schrotflinte Super Handgranate Schießpulver Was sollen wir denn jetzt machen, Alter? Wir können nicht mal die Schrotflinte richtig mitnehmen, ne? Handgranate auch nicht Ja, ist jetzt die Frage, ne? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt das alles hier gebrauchen werden Also Ich würde sagen, komm Wir schmeißen mal Das hier weg Grün und grün Ja, komm, machen wir das hier Oder benutzen wir einfach mal Scheiß drauf Oder wegwerfen Kombinieren geht auch nicht Ja, Scheiß drauf Werfen wir mal weg Komm Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt hier noch so schwer werden wird Dass wir hier Gleich noch Das ganze Leben machen müssen Okay, wir haben jetzt eine dicke Schrotflinte Ich hoffe, die nimmt nicht zwei Plätze weg Ne, die nimmt eine Plätze Okay, perfekt So, das heißt, wir können jetzt so machen Wir können nicht So, Schrotflinte Okay, easy Schießpulver Ne, können wir nix kombinieren Ach, scheiß drauf Okay, komm Ah! Oh mein Gott Oh Gott, woher kommt der denn her? Hey Verdammte Scheiße, ey Wenn nicht mit Rep Dann mit der Pumpgun Ja, weil wir keinen Strom haben Okay Kiete Brust Eisenbahn Fahrleiten Zu passieren Station So die befahrenen Gleise Noch eingestellt werden Das ist hier eine gute Okay Automatisch den Betrieb einstellen Okay Also das heißt, wir müssen Strom wiederherstellen Und Strom wiederherstellen Also hier müssen wir auf jeden Fall hin Glaub ich, nachdem wir den Feuerwehrschlauch Eingesetzt haben Genau, da ist noch meinen Schlauch rausholen Boah Gott, oh Gott, oh Gott Okay, das müssen wir uns merken Was? Aber ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl Wir sollten lieber die Pistole verwenden Weil gleich kommt so ein Mr. X Und dann kommt Satz mit X War wohl nix So Also Hier waren wir gewesen Da waren wir noch nicht rein Ne Weißt du, wir sind jetzt einfach die Schrotflinte hier Für den können wir jetzt hier auch Pistole ganz easy nehmen Der ist wach geworden Was am Schlafen? Ah, der rennt so komisch, ne? Explodieren wir, du Aber wir hätten hier auch alle von Explodieren bringen können Stimmt Sturmunition So, hier liegt irgendein Koffer oder was liegt hier? Eine Handgranate Ah, oh shit Was haben wir denn hier drin? Oh Findenmunition, perfekt Findenmunition, sehr gut Okay, also ich glaube Wir haben jetzt eigentlich so gut wie jeden Bereich abgesichert Wir könnten jetzt eigentlich dahin Mit dem Feuerwehrschlauch Und Okay, also ich habe jetzt schon eine Ahnung, wo wir lang müssen Können wir mal gucken Die Frage ist halt Der Tresor, ne? Apotheke Da lagen hier auch noch Sachen Also wir können hier sehen, dass wir überall hier waren Ich würde sagen, wir gehen jetzt nämlich einfach wieder Hier zurück Er speichert nicht gut, er speichert Ich schwöre, ich kann nicht hier durch Ich schwöre, ich verlasse den Warum kann ich da nicht durch? Oh mein Gott Nein Nein, Mr. X Ah Oh mein Gott Ich muss hier weg Ich fick mein Leben Wo ist der? Was war das denn denn? Ey Bruder Nein, 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 nein Es geht wieder los Es geht wieder los Nein, bitte nicht Bitte nicht in der Demo, Mr. X Ah, mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, Bruder Ich gehe kaputt Nein, nein, nein Oh mein Gott Ich schlurfe alles, Digga Was soll ich machen? Nein, nein, nein Ah, Alter Alter, womit das war immer so schwer? Mal rein Oh mein Gott Ey, wo er Okay Okay Ich muss hier raus Bruder, was geht denn jetzt hier ab? Wo war der Feuerschlauch? Wo? Ich weiß nicht mehr, wo das war Karte, Karte Okay, warte mal Wo war das? Wo war das? Oh mein Gott Nein, nein, nein Oh mein Gott Ist das schnell? Nein, nein Ich packe diese Demo nicht Ich packe diese Demo nicht Ich schwör auf alles Ich packe das nicht Ich schwör auf alles Ich packe das nicht Ich packe das nicht Nein, nein, nein Ich packe diese Demo nicht Ich packe das nicht Nein, nein, nein Ich packe das nicht Ich packe das nicht Ich kann nicht mehr Leben nehmen Ich kann nicht mehr Leben nehmen Und ich sag gerade noch, wir brauchen kein Leben mehr Ja klar, Digga Nein, nein, nein Leute, das war's Wir sind durch Ich bin hier komplett falsch Nein, nein, nein Wenn der jetzt hier reinkommt, dann ist es vorbei Was zur Hölle Warte mal, ich muss erst mal gucken Warte mal, wir gucken jetzt erst mal hier Ey, nein, alter Mr. X ist wieder da Sein Urgroßvater davon Ich hab so Herzklopfen Ich hab so Herzklopfen gerade Fuck Ey, ich hab voll vergessen, wo war das mit dem Feuerlöscher Ich hab das so vergessen Also hier macht es keinen Sinn, lang zu gehen Ey, Leute, das ist hart Wenn der jetzt da wieder durchkommt Ey, unmöglich Kann man den abballern? Den kann man nicht abballern Ey, ich bin tot Ich bin tot Den kann man nicht abballern Den kann man nicht abballern Den kann man nicht abballern, Leute, Alter Es hat gerade nicht umsonst gespeichert Es hat gerade nicht umsonst gespeichert Ey, ich hab gedacht, das ist eine gechillte Demo Wir spielen das Alles ganz entspannt Und auf einmal kommt Mr. X Und dann wiedergekommen ist Wie schnell der war Normalerweise war der doch voll langsam Der war in unserem Tempo Und auf einmal rennt der richtig los Okay Bruder, wieder auf mich zurennt, ne? Ich schwör auf alles, Digger Ciao, Leben Lass mich los Verpiss dich Verpiss dich Bruder, der lässt mich hier nicht durch, ne? Der macht Kudats Minze mit uns Kudats Minze Alter Wie soll man den denn umgehen? Oh, das Feuer löschen Feuer löschen Alter, der rennt so schnell Der rennt so schnell Ich schwör auf alles Der rennt zu schnell Keine Was glaubt? Die hat Messer Die hat Messer Leute, wo war das? Hier war das Schlauch Hol den dicken Schlauch raus Oh mein Gott, Alter Ist der noch hinter mir Der Strom im Unterwerk ist wieder eingeschaltet Okay Oh mein Gott Ey Bruder, das ist doch nicht normal, ne? Wirklich Das ist nicht mehr normal Und jetzt? Danke fürs Spielen Alter Schwede, ey Alter Schwede, Leute Nimmt den Like-Button auseinander Was eine Demo, Alter Ich dachte, das wird erstmal ganz gechillt Am Ende kommt da Mr. X, ne? Das hat mich komplett aus dem Leben genommen Verdammte Scheiße, Alter Ey, ich hab gar keinen Bock auf die Vollversion Vor allem, das ist ein neuer Mr. X Der ist zehnmal schneller Der bringt uns sowas von um Wir haben gerade so Glück gehabt Dass wir noch unser Leben einsetzen konnten Ich hab jetzt gedacht Wir müssten eigentlich wieder zurück Und den Strom aktivieren noch Aber die Demo war schon vorbei Okay Nimmt den Like-Button auseinander Wenn ihr die Vollversion Vom Brille-Peter Let's Played haben wollt Ich bin dabei für euch Ich bin dabei Und ja Ich verabschiede mich Lasst einen Daumen nach oben da, Alter Wir machen jetzt hier nochmal Vollbild auf ganz entspannt Und damit Sehen wir uns Bei der Vollversion Nächsten Monat Oder wann auch immer das rauskommen wird Zehntausend Likes Wenn ich hier sehen Haut rein Und Ciao Ich bin dabei 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 Untertitelung des ZDF, 2020